So, weiter geht's in Ironforge, was anscheinend ein extrem langer Level ist. Oh, ein Kader. Irgendwie Lags bekommen. Das sieht wieder sehr cool aus, finde ich. Ich habe ein Sonstgefühl mit diesem Theme nicht besonders, muss ich sagen. Hier sind gerade ein paar schönere. Architekturen, Szenen, was auch immer. So. Wow. Was? Wieso kommst du denn da runtergeflogen? Ich hoffe, ich sehe da gerade nichts. Können dann etwas vorbeigehen. Und da oben sind noch mehr. Das werde ich so nicht schaffen. So mache ich. Schönen Magier. Ich mache hier erstmal den Zwischenstep. Gut. Teamwork ist alles. Manchmal. Nein. Sag mal. Äh. Hallo. Ich flieg die ganze Zeit nur noch weiter runter als vorher schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kein Lust. Ich weiß nicht. Noch mal runter zu fallen. Runter zu fallen. Danke. passt nicht dadurch da oben finde ich auch noch gewichte ich bin mir irgendwie nicht sicher wie man das teil teil benutzt irgendwie ist diese wippe so sinnlos man kann ja auch einfach irgendwas anderes da hinstellen ok interessant aber hier eine blöcke jetzt kann ich mich eigentlich darunter stürzen starte hier wir öffnen die truhe ja komm alter mann das schaffst du victor's crown die krone des siegers maximum planks 3 2 kann ich mit leben so zeit wechseln kommt mal leer gut jetzt bin ich mir auch halbwegs sicher ich dann nichts vergessen habe nicht wie vorher und jetzt noch mal spawnen nein ich kann scheinbar weitergehen okay spawnt schneller verdammt noch mal nicht wenn ich schon im nächsten raum bin so was habe ich gedacht aber sag mal das könnte ich natürlich auch machen anstatt die wegzutun einfach über die gesamte länge planken legen ganz viele planken ähm was meint ihr ist da oben noch irgendwo was weißt was alles was gut halt auch wieder ein level ab das freut mich natürlich die erfahrung musste ich auf jeden fall holen ohne ging ja gar nicht ich hab... das ne lebt sogar noch aah... das teils nur im weg gerade ja, gut Jetzt kann man einfach nur das Teil eröffnen, gut. Der Rest ist mir jetzt egal, jetzt kann ich hier oben gucken, weil ich mich die ganze Zeit festhalte. Dass es da Erfahrung gibt, damit musste man rechnen. Jo, jo, vollkommen egal. Gut, Level Up. Kost 3, Kost 3, Kost 3. Was passiert eigentlich beim nächsten Level? Das wollte ich sowieso schon das öfteren nachgucken. Fire, still no fireball, but the thief and the night can hit the platform and turn it into an exploding firebomb. Ich weiß gar nicht, ob ich das so haben will. Wie oft treffe ich das Teil aus versehen? Na ja, gucken wir mal. Okay. Okay. Ja. Komm, sind wir schon erfahren. Hä? Wie hab ich den denn besiegt? Ich bin doch nur gehüft und das mit dem nützlosen Magier. Und sonst ist auf der Seite glaube ich nichts, dass ich mich da nochmal hochkämpfen muss. Trefft ihn doch. Na ja, egal. Dann halt so. Wie mache ich das am besten? Ich denke, das ist eine recht gute Idee. Und wieso pendelt das eigentlich? Verdammtes Perpetuum mobile. Okay. Ich mache hier erstmal an. Sie könnten mir vorstellen, nochmal zurückzugehen. Um da unten zu gucken, was los ist. Ich bin mir nicht 100% sicher, dass ich da alles habe. Also. Jupp, da vorne ist noch eine Erfahrung. Okay, ich hätte gedacht, dass das Holzdecke ist. Muss ich damit etwas größerer Vorsicht durchgehen. Ups, Alter. Das bedeutet, das machen wir da hin. Größere Vorsicht geschafft. Machen wir den schnellen Weg. Ich lasse mich töten. Wie gesagt, Lava-Bad gegen Falten und so. Gott, auch wenn man sie nicht gesehen hat, das war irgendwie klar. Dazu war ich so verdächtig, dass dort überhaupt irgendwas ist. Also so eine Plattform, worauf man stehen kann. Wie gesagt, die meiste Zeit ist hier nichts ohne Grund. Okay, da habe ich gerade auch noch was Interessantes gesehen. Nämlich Stacheln. Und es gibt Momente, da sind ach, das sind solche Ausbalancierteile. So ein Mist. Ich habe nur nach oben geguckt und wundere mich, wieso ich auf einmal tiefer stehe. Komm dazwischen. Ja, ja. Hält nur nicht. So wollte ich's. Wunderschön. Und das geht jetzt nicht runter. So. Wunderschön. Gut. Hm. Wie kriege ich das an? Wunderschön. Das ist dann gehe ich von unten. Oder auch nicht. Sollte eigentlich nicht weit genug vom Feuer fern sein. In der Mitte stehen. In der Mitte stehen. In der Mitte stehen. Nein. Jetzt habe ich ein Problem. Das bewegt sich immer noch. Da fragt man sich doch, wieso das... Idiot. So, gehen wir jetzt zurück. Und jetzt die beiden wieder. Okay. Probieren wir's nochmal hier unten. Gut, dann höre ich mir halt als erstes, was... Die Erfahrung da vorne. Ich hab mir die Erfahrung nicht bekommen. Ja, egal. Das war vollkommen einkalkuliert. Denn ich bin ja in Sekundenalter wieder da. Wust. Wust. Gut. Das ist nicht hier drauf. Das ist nur Regner. Und gern. Nur durch. Oh Gott. Positiv. All meine Charaktere leben noch. Aber meine Herren. Haben wir mich da durchgekommen? Oder nicht durchgekommen? Oder was habe ich da gemacht? So. Ich geh nochmal nach links. Irgendwo muss ich erfahren. Ich bin hier nicht mehr so sicher, ob hier erfahren ist. Ach. Nein. Ich geh voll zum Checkpoint. Dann versau ich's so. Naja, irgendwann hab ich den Weg jetzt in jedem Fall erkundschaftet. So, und da oben kann ich immer noch hin. Hm. Ungewöhnlich. Warte, fahr ja noch Pfeiler drin. Äh. Gut. Ich habe gerade keinen Schaden bekommen. Das ist auch höchst interessant. Hä? Okay. Jetzt will ich aber erst noch hier hoch. Okay, alles erklärt zumindest. Jetzt will ich das da drauf. Und auf ist das Ding. Gut, da oben möchte ich auch keinen... Hm. Wieso habe ich das beim letzten Mal dann ohne Schaden geschafft? Hä? Okay, da unten ist nur eine Todeskammer. Das wollte ich wissen. Hä? Was ein dämlicher Tod. Wie zur Hölle habe ich es dort nicht reingeschafft? Ich meine so und jetzt... Dieses riesige Tor. Wie habe ich es geschafft, da nicht reinzukommen? Gut. Hier oben geht es vermutlich weiter, darum gehen wir mal runter. Das war nur eine Sprunganlage zu sein. Ach, wieso kommt man da auch ran? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den richtigen Weg da genommen habe. Gut. Gut. Und hier ist das... Da oben lang doch eigentlich ziemlich... ...viel einfacher. Okay, da vorne ist ein Speichelpunkt. Da will ich als erstes hin. Gut, danke. Hm, und ich will jetzt... ...hier unten rechts in der Ecke. Scheint auch nichts zum Speichern zu sein. Äh, keine Erfahrung zu sein. Also gehe ich wirklich hoch. Oh, oh. Ja. Ah, ich bleibe jedes Mal da drunter hängen. Was nun wirklich Müss ist. Komm. Setz mich wieder bei mir. Also Schritt für Schritt. Wohl. Reicht nicht ganz. Also mache ich hier doch das. Allseits. Wow. Jetzt bin ich da wieder drunter. Ach, das... Jetzt weiß ich auch froh, dass das liegt hier. Das hilft mir nichts. Ich muss... ...wiederholen. ...wiederholen. Yes. Yes, gut, gut, gut. Als erstes versuche ich jetzt mal. Hm, komm. Ich bin mir auch sicher, dass ich dazwischen irgendwas legen kann. Nein, kann ich nicht. Da kann schon mal nix passieren. Außer das Ganze ein bisschen niedrig ist. So. Höher, höher, höher. Höher, höher, höher. Gut. Heißer. Du musst die Tower climben. Ich habe ein schlechtes Gefühl über das. Ich auch. Ich auch. Tower of Sirek. Ich glaube, das ist wirklich so langsam in Richtung Ende. Den gibt es beim nächsten Mal. Macht's gut.